Musik Mein Name ist Dustin Nortus. Ich komme aus Vancouver, Kanada. Da habe ich gerade ein neuer, retro, klassischer Fahrradladen geöffnet, hier in Berlin, an die Fairbilliner Straße. Ich habe hier diverse alte Fahrradersatzteile, zum Beispiel Bremsen von Campagnolo, Kürbel. Alte Bahnräder, Rahmen in Garbo zu verkaufen oder komplett zusammengebaut. Johnny Motor von 1980 mit komplettem Luevo-Rekord. Oder alte Cianelli. Alte Fahrradtikos habe ich auch zu verkaufen. Fahrradkariertaschen aus San Francisco. Und ansonsten kann man hier schön Kaffee trinken oder Bier. Hier gibt es auch klassische Rheinrad-Filme. Das gucken wir auch jeden Mittwochabend hier an die Fairbilliner Straße. Wenn ihr Zeit habt, kommt vorbei. Ciao. Kaffee trinken. 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 Kaffee trinken.